So meine Freunde und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um die Folge 9, also wie immer eine Spoilerwarnung. Wir starten mal mit Knossi und Sascha und ich glaube die beiden hatten bis jetzt überhaupt keine Probleme. Wie sie selber auch sagen, verstehen sie sich noch immer super. Und auch am Abend von Tag 4 teilen sie uns mit, dass sie mit den Gegenständen bis jetzt absolut zufrieden sind. Was ich aber ehrlich gesagt nicht verstehe, warum die beiden da nicht 24-7 richtig angeln. Ich glaube die haben da wirklich die besten Voraussetzungen in der Bucht, da das Meer dort sehr ruhig reinkommt und Fische haben sie ja dort schon sowieso gesehen. Das mit dem Kescher ist glaube ich auch nahezu unmöglich. Da zu viel Wirbelung im Wasser entstehen, schreckt das Fische natürlich direkt ab. Also der Versuch ist ja ganz interessant, aber die Wahrscheinlichkeit ist mit der Angelszene natürlich deutlich höher. Mittlerweile haben die beiden sich auch ein Shell dazu gelegt, was den Zweck wahrscheinlich auch erfüllen wird, wenn es regnet. Von unten sieht man da erstmal kein Licht durchkommen. Man muss ehrlicherweise sagen, den Eindruck den sie uns geben, wirkt so als ob das für die beiden wirklich ein Männerurlaub ist. Ebenso gehen die beiden Tag für Tag alles gelassen an und machen sich nicht so viele Gedanken, was in Zukunft passieren könnte. Diese Mentalität ist wirklich sehr, sehr stark von den beiden. Auch Papa Blatt und Reese wollen auf jeden Fall weiter durchziehen, aber man bekommt immer mehr den Eindruck, als ob dieses Team auch bald vor einem Abbruch steht, da die beiden nicht mehr so optimistisch sind, was das Essen angeht. Auch ihr Fischernetz ist natürlich nicht mehr da gewesen, da die Flut einfach zu stark ist. Mittlerweile haben sie sich dann doch dazu entschieden, das Sprackwasser ungekocht zu trinken. In der Nacht hat Kevin dann Durchfall bekommen und daraufhin wurde dann gleich als Cliffhanger ein Telefon zur Abholung eingeblendet. Also es ist diesmal glaube ich noch nie so klar gewesen, wer abgeholt wird. Das werden dann wohl leider die Naturensöhne in Folge 10 sein. Ich glaube die Szene hat auch jeder mitbekommen, dass Gerrit schon von Kreislaufproblemen spricht. Im Trailer haben wir auch Gerrit am Boden gesehen, mit den Worten, dass er schon wieder hingefallen ist. Also die beiden werden dann leider aufgrund der Kreislaufprobleme von Gerrit abbrechen. Max und Romata haben nach ihrer Rückkehr zum Shelter sogar Seesterne gefunden. Die beiden waren allerdings nicht sicher, ob man diese essen kann. Durch die Einbindung wussten wir natürlich alle schnell, dass man die meisten Seesterne essen kann. Aber auch gerade Seesterne haben sogar noch mehr Kalorien als Fische. Auf 100 Gramm hat ein Fisch ungefähr 200 Kalorien. Ein Seestern hat bei der gleichen Menge sogar schon 330. Ist natürlich trotzdem nicht viel, aber wahrscheinlich wäre es besser gewesen, als nur Algenblätter zu essen. Was Tatsache noch sehr zufällig war, dass zwei Teams am gleichen Tag eine Fischhäuse aus einer Plastikflasche gebaut haben. Dann kommen wir jetzt noch kurz zu Jan und Joey. Die beiden haben nun wirklich auch einen sehr guten Shelter. Das mit der Höhle ist sowieso schon sehr kreativ, aber auch das Vordach ist wirklich sehr cool geworden. Jan betont auch immer mehr, wie krass Joey ist und was er noch für Energie hat. Man merkt Jan auf jeden Fall an, dass er nicht mehr so frisch ist wie vor zwei Tagen. Aber auch bei den beiden gab es sonst glaube ich nicht wirklich ein großes Problem. Ich glaube das größte Problem für Joey war, dass die Säge kaputt ist. Also auch bei dem Team sehe ich in naher Zukunft auf jeden Fall keinen Abbruch. Was man aber allgemein sagen muss, der Content von den Teams geht jetzt langsam zurück. Das ist aber auch normal und war vorher eigentlich schon absehbar. Denn wenn der Shelter fertig ist und man die ganze Gegend um sich schon kennt, da wird sich am Tagesrhythmus auch nicht viel mehr ändern. Große Frage ist immer noch, warum wir bei Folge 9 erst am Ende von Tag 4 sind. Also wenn der Content nicht so zurückgeht, dass immer zwei Tage in einer Folge kommen, dann könnten einige Teams wirklich doch noch die 14 Tage geschafft haben. Da wir wissen, dass auch in Folge 10 schon das nächste Team draußen ist, wird es dann auch zukünftig nochmal weniger an Material geben. Also aus meiner Sicht ist es schon noch möglich, dass ein Team die 14 Tage schafft. Ist aber schon etwas komisch, dass wir immer noch an Tag 4 sind. Ich denke zum Beispiel, dass Knossi und Sascha auf jeden Fall die 14 Tage durchziehen und dass wir vielleicht auch mal drei Tage in einer Folge sehen werden, wenn da nur noch zwei Teams drin sind. Ihr könnt zu allen Punkten gerne wieder eure Meinung in die Kommentare schreiben. Lasst gerne ein Like und Abo da und dann macht's gut Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal.